Normales Putzen Beim Dinner Nummer 1 Aufsuchen Auf einen schönen Abend Hast du vielleicht ein Taschentuch? Leider nein, ein kleines Taschentuch dabei Ich nehme es auch nicht Hat sich erledigt Das ist ja gut Beim DVD-Abend Wie du willst, töte ihn Aber du musst noch eine Minute warten Harry soll den Grund erfahren Ich kenne den Grund Sie haben meine Eltern verraten Nur ihres Wegen sind sie tot Sie sind nicht seinetwegen gestorben Jemand hat eine Eltern verraten Das war jemand von dem ich bis vor kurzer Zeit geglaubt habe Was denn? Peter, Petticoe Und er ist jetzt Und er ist jetzt Und er ist jetzt Und er ist jetzt Komm raus, komm raus, Peter Komm raus, komm raus zum Spiel Experiment In Gedanken versunken Der Verschwender Der Verschwender Beim Dinner Nummer 2 Auf einen schönen Abend Ich fällt zu weit Ich fällt zu weit Ich fällt zu weit Jetzt fällt meine Nase schon wieder Bitteschön Danke Beim Radfahren Das stille Örtchen Ich bin wieder Und er ist ändert Die 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 Beim Dinner Nummer 3 Auf einen schönen Abend Moment, ich muss mir mal die Nase putzen Hast du ein Taschentuch? Nein Okay Beim Sport Oh 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 Oh